Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 55 Cent, also 4% nach unten gegangen. Der ganze Markt ist auch vorwiegend wieder im roten Bereich, allen voran Scale Network hier mit 12% nach unten und Tron mit 3% gestiegen. Generell der ganze Markt aber wie gesagt eher wieder im roten Bereich, Bitcoin teilweise auch unter den 60.000 gewesen, aktuell bei 61.000, also alles wieder ein bisschen mit nach unten gezogen. Aber das soll uns gar nicht weiter stören, denn wir haben einige spannende News und zwar macht Ripple jetzt ernst mit ihrem eigenen Stablecoin. Denn sie haben die offizielle Stablecoin Webseite dazu veröffentlicht, hier nochmal mit dem Kürzel, nämlich RL US-Dollar, was sowohl für Real als auch für Ripple stehen kann. Und sie haben hier eine sehr sehr wichtige Zeile noch hinzugefügt und zwar wird komplette Baggung versprochen. Das heißt also, es soll 1 zu 1 gedeckt werden. Es soll also immer für jeden RL US-Dollar, der rausgegeben wird von Ripple, auch tatsächlich 1 Dollar in der Cash-Reserve bei Ripple quasi liegen. Und diese Reserve bzw. diese Deckung soll niemals aufgehoben werden. Finde ich sehr sehr wichtig und auch nochmal gut, dass das Ganze hier beschrieben ist. Das heißt, Ripple kann nicht einfach so aus dem Nichts neue Coins erschaffen, ohne die passende Anzahl an Dollar auch wirklich in der Treasury, also quasi im Tresor liegen zu haben. Und insgesamt denke ich, ist Ripple damit auf dem richtigen Pfad, wie sie das Ganze angehen wollen. Wenn man sich das einmal selbst anschauen möchte, dann findet man das natürlich hier bei ripple.com slash solutions slash Stablecoin. Und hier gehen sie schon ein bisschen weiter ins Detail. Natürlich möchten sie auch zentralisierte Exchanges mit ins Boot holen, also gerade zum Beispiel Binance oder auch Coinbase, die aktuell sich ja sehr auf USDT und USDC verlassen müssen. Die haben dann hiermit eine neue Alternative, um entsprechend auch Stablecoin-Transaktionen durchführen zu können. Und mit einer Sache, die sie auch werben, ist die sogenannte Deep Liquidity, also dass sie viel Liquidität bereitstellen wollen auf den verschiedenen Börsen. Das heißt also, sie werden da wohl richtig am Start sein und natürlich auch ordentlich Geld hinterlegen müssen. Ich denke nicht, dass sie von tiefer Liquidity sprechen, wenn es dann darum gehen würde, irgendwie eine Million Dollar oder zwei Millionen Dollar zu hinterlegen. Ich glaube, da geht es richtig tief rein und ich glaube, da werden sie ordentlich was beisteuern. Auf der anderen Seite nochmal die Bestätigungen, die eh schon vorher im Raum standen, wie zum Beispiel der XRP Ledger und Ethereum hier als Medium dafür. Instant Settlement ist klar, also wenn man es auf dem XRP Ledger zumindest verschiebt, dann wird das innerhalb von ein paar Sekunden dann verfügbar sein, das Geld. Also super einfach, super schnell zu verschieben, das Geld. Und natürlich die Möglichkeit, mit Smart Contracts da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Hier haben sie auch dann bereits einen Bericht nochmal verlinkt, also da kann man sich nochmal zum Thema Stablecoins weiter belesen. Und wenn man logischerweise Updates bekommen möchte, kann man sich da auch nochmal eintragen in den E-Mail Newsletter. Also ja, overall auf jeden Fall schon sehr, sehr schön, dass sie hier mit diesen verschiedenen Wordings arbeiten und nochmal ein paar Theorien bestätigen, die wir eh schon länger hatten. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob diese neue Webseite einen Einfluss hat auf das, was gerade bei der SEC vs. Ripple passiert, also quasi in dem Gerichtsfall. Ob das Ganze quasi neues Pulver sein könnte für die SEC, ob sie damit wieder neue Kontroversen bzw. einfach neue Claims wieder anbringen können. So im Sinne von, jetzt haben sie wieder neues Futter bzw. neue Argumente, die sie dann vor Gericht bringen können und sagen können, ah, der Stablecoin, der ist jetzt auch alles gar nicht reguliert, Ripple macht weiter irgendwelche komischen Sachen. Oder auf der anderen Seite könnte das natürlich auch keinen Einfluss haben und Ripple ist sich da sehr sicher, dass das Ganze nicht zu deren Ungunsten ausgelegt wird am Ende. Das ist jetzt hier eine Spekulation bzw. eine Frage, die der Crypto Inside Tag hier einmal in den Raum stellt und fragt, ja, denkt ihr, da interpretiere ich zu viel rein oder denkt ihr, dass die SEC damit nichts anfangen kann? Das würde ich auch ganz gerne nochmal von euch wissen. Schreibt das gerne nochmal in die Kommentare. Und dann gab es eine kleine Kontroverse rund um das Thema Blogstars. Das habe ich gestern im Video auch schon mal angesprochen gehabt. Das ist ja ein Podcast, den Ripple selbst rausgibt. Der ist von David Schwarz, dem CTO von Ripple. Und Monika Long, die Präsidentin bei Ripple, ist in dem Fall jetzt hier auch mit dabei gewesen als Gast quasi. Und hier haben sie über das ganze Ökosystem gesprochen bzw. die Folge drehte sich um Stablecoin Liquidity auf den dezentralen Exchanges. Aber sie sind dann so ein bisschen zum Thema Entwickler und generell Entwicklungen auf dem XRP Ledger gekommen. Und da hat Monika Long dann ein Statement gebracht bzw. eine Aussage getätigt, in der es hieß, dass Tausende von Entwicklern auf dem XRP Ledger bauen. Dann wurde dieser Clip aber später von Ripple Seite offline genommen und man hat das Ganze angepasst. Und in der neuen Variante ist dieses Tausend nicht mehr zu hören bzw. ist dieser Satz quasi rausgeschnitten. Und das heißt nur noch sinngemäß, dass da halt viele, sehr viele Entwickler auf dem XRP Ledger sind. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum haben sie das rausgeschnitten? Natürlich ist die naheliegendste Antwort, dass das quasi ein übertriebener Claim ist und dass nicht Tausende Entwickler auf dem XRP Ledger bauen. Und das würde ich auch erstmal so wahrscheinlich hinnehmen und unterschreiben. Aber die Frage ist eben, was geht denn überhaupt als Entwickler? Also das müssten wir generell einfach mal klären. Das schreiben nämlich viele in den Kommentaren. Denn es gibt ja aktuell auch zum Beispiel Consensus, also die Firma hinter Ethereum, die die Aussage getätigt hat, dass sie mehrere Millionen Entwickler jetzt bereits ongeboardet haben oder noch onboarden wollen. Jeden Monat sollen 300.000 neue Entwickler dazukommen oder auch schon dazugekommen sein. Also das sind ja auch wieder so einfach Behauptungen im Endeffekt. Genauso wie hier eben mit diesen Tausenden auf dem XRP Ledger. Wenn man mit Entwickler jetzt meint, wie viele Leute hauptberuflich nur auf dem XRP Ledger entwickeln und andersrum nur auf Ethereum und was auch immer, dann ist diese Zahl mit Sicherheit sehr, sehr klein. Wenn man auf der anderen Seite aber quasi alles mit reinzelt und alle Leute, die schon mal eine Zeile Code auf dem XRP Ledger geschrieben haben, ja, dann ist die Zahl wahrscheinlich sehr viel, also sehr hoch. Wenn man mal schaut, wie viele Leute bereits alles auf Ethereum, einen Token veröffentlicht haben. Das sind wirklich Millionen Token, die da released wurden, beziehungsweise auch Millionen von Leuten. Aber würdet ihr jetzt wirklich sagen, Ethereum hat Millionen Entwickler? Also würde ich irgendwie intuitiv als falsch bewerten. Genauso bei Ripple natürlich auch oder beim XRP Ledger oder wo auch immer. Deswegen, solange es keine einheitliche Definition von Entwickler gibt, ist es einfach nur ein vages Wort. Und ja, mit diesen Tausenden hat sie sich wahrscheinlich einfach nur verzettelt. Also mit Tausenden hat sie sich verzettelt. Sollte sie wahrscheinlich nicht so sagen. Deswegen hat Ripple das Ganze runtergenommen. Ich denke einfach, es sind ein paar hundert Leute, die aktiv auf dem XRP Ledger bauen und da ihren Krams so machen. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen irgendwie da weniger Qualität drauf ist oder sowas. Dann geht es weiter von Smoked. Und hier hat er einmal einen neuen Clip aufgenommen, bei dem man sehen kann, wie viel Ripple-Werbung eigentlich mittlerweile überall unterwegs ist. Also hier scheint er auch wieder in so einer Art U-Bahn-Station zu sein. In dem Fall hier in Washington DC. Und ja, da haben wir einmal ein schönes Video. Für die Leute, die jetzt immer so behauptet haben, das wäre teilweise Fake oder sowas, ist es natürlich nicht. Also Werbung macht Ripple dann doch schon sehr, sehr massiv. Und in dem Fall ist das hier deren bekannter Spruch, Crypto means Business. Und ich glaube, das Ganze zu verknüpfen, macht aus deren Sicht auch maximal Sinn. Denn es geht ja immer nur darum, dass Ripple die Business-Kunden, die B2B-Kunden eigentlich abgreifen möchte. Und die haben aktuell vielleicht noch ein bisschen ein skeptisches Bild oder eine skeptische Sichtweise auf Kryptowährung. Und das Ganze möchte Ripple damit logischerweise ändern. Also zu sagen, Kryptowährung ist nicht nur irgendeine Finanzzockerei quasi mit irgendwelchen Meme-Coins, die einen reichen oder arm machen können. Sondern auf der anderen Seite hat Krypto auch große Potenziale im Bereich der freien Wirtschaft und einfach generell der Finanzen. Das heißt also, Firmen können davon massiv profitieren und einfach Geld sparen. Und darum geht es ja den Firmen, dass sie Geld sparen und einfach die Profite erhöhen können oder die Marge erhöhen können und was auch immer. Dann geht es weiter vom Whale und er hat hier einmal eine kleine Analyse von dem Verhalten von A. Warren Buffett und dann noch von Berkshire Hathaway. Denn das sind ja wahrscheinlich zwei große Investment-Ikonen, beziehungsweise Warren Buffett ja eine Person und Hathaway eben eine Investmentfirma. Und beispielsweise Warren Buffett hat hier jetzt ungefähr 50% von seinen Apple-Aktien, also Apple-Anteilen verkauft. Und ist damit natürlich dann schön wieder auf einer dicken Cash-Position. Auf der anderen Seite, auch Hathaway hat jetzt hier über 277 Billion, also bei uns dann Milliarden Dollar in Cash, also in Geldreserven quasi rumliegen. Und da ist eben die Frage, warum macht man sowas? Also warum ist man aktuell nicht so tief investiert? Warum verkauft man teilweise Apple-Aktien-Anteile und möchte das Ganze irgendwie abstoßen? Ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass ein gewisser Bärenmarkt ansteht. Beziehungsweise, dass der Markt bald nochmal korrigieren wird, crashen wird, wie auch immer, und man dann da lieber einsteigen möchte. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob sich das Ganze hier bewahrheitet. Ob das vielleicht jetzt hier mit Apple eher so ein Zufallsding ist, dass man einfach sagt, oh ja, Apple ist nicht mehr so eine gute Bewertung vom Risikopotenzialfaktor her. Vielleicht könnte man sagen, das Geld ist anderswo besser investiert. Oder möchte man einfach jetzt wirklich schon gezielt aus gewissen Aktien raus, weil man weiß, ah, da könnte ein Crash folgen. Vielleicht gerade in Amerika oder sowas könnte es da vielleicht anfangen, mit dem Aktienmarkt so ein bisschen zu bröckeln. Und dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass große Investmentleute das schon so ein bisschen vorherahnen und im größeren Stil vorher abverkaufen, um später wieder günstig nachzukaufen. Parallel dazu ist auch seine Prediction für Bitcoin, dass wir wieder unter den 40.000 landen werden. Da bin ich definitiv mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass falls wir unter die 40.000 fallen werden, dass man dann einen entsprechenden guten Einstiegspunkt irgendwie bekommen kann. Also, dass das Ganze dann auch wirklich nachhaltig einmal entsprechend runter geht, einen gewissen Dip macht. Dann kann man da vielleicht einsteigen und dass der Markt sich dann wieder recht schnell auch erholt. Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber ihr wisst ja auch, ich bin a, sowieso bullish auf den Kryptomarkt, das ist safe. Aber auf der anderen Seite natürlich auch immer vorbereitet auf jede Situation. Also, natürlich würde ich mich freuen, wenn Bitcoin jetzt einfach auf 70, 80, 100.000 geht und wir einfach nur noch nach oben gehen. Aber der Markt spielt halt manchmal deutlich anders, als man irgendwie davon ausgeht und denkt. Und deswegen sollte man sich natürlich auch damit einmal befasst haben, was passiert, falls jetzt Bitcoin auf 40.000 wieder runterfällt. Würde man dann verkaufen? Würde man dann eher nachkaufen? Also, was sind da so eure Theorien? Könnt ihr mir natürlich auch gerne mal schreiben. Ich habe meine Strategie logischerweise schon gewählt in dem Fall. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst individuell entscheiden. Und auch wenn Monica Long mit dieser Aussage über tausende Entwickler vielleicht nicht ganz richtig lag und das so ein bisschen jetzt revidiert hat, mit ein paar Zahlen liegt sie definitiv richtig. Und zwar den Zahlen, die jetzt aus dem Quartal 2 2024 Marktbericht von Ripple zu entnehmen sind. Und den haben sie jetzt veröffentlicht. Da geht es eben darum, was im zweiten Quartal diesen Jahres passiert ist. Also im April, Mai und Juni. Und das sehen wir dann hier einmal. Zum Beispiel hier also das Volumen, in dem Fall von Binance beispielsweise. Gerade rund um April und Mai hatten wir da teilweise einen ordentlichen Anstieg. Das Trading-Volumen hier in Milliarden Dollar pro Tag. Und ich denke, da kann man schon overall einen gewissen Trend erkennen. Also gerade hier in Richtung April, Mai war es da wirklich sehr, sehr viel. Stablecoin und Fiat ist dann auch nochmal aufgeschlüsselt. Und tatsächlich ist der Fiat-Anteil da sehr, sehr gering. Also wenn man das mal sich hier unten anschaut, da ist ja fast nichts in Fiat, aber eigentlich alles in Stablecoins. Gerade hier. Das heißt also, Ripple weiß auch selbst Bescheid, dass die meisten Leute einfach in Stablecoins umswappen. Dann da eben ein bisschen das Geld quasi liegen lassen, chillen lassen. Und dann später wieder nachkaufen bei XRP oder sowas. Und ja, das sehen wir dann hier einmal ganz nüchtern aufgeschlüsselt. Die On-Chain-Activity kann man auf jeden Fall hier einmal erkennen. Alles jetzt wieder ein bisschen runtergegangen im Vergleich zu den ersten drei Krachermonaten, die wir dieses Jahr hatten. Aber alles weitere könnt ihr euch dann selbst hier einmal ansehen. Dann haben wir noch Stefan Huber, denn er reagiert hier auf einen Tweet von Ash. Und Ash schreibt hier zuvor, dass er sehr genervt davon ist, wie sich XRP aktuell verhält. Und unterstellt dann parallel dazu noch an Ripple, dass sie gezielt Influencer bezahlen würden, um entsprechend über XRP zu reden oder positiv darüber zu reden oder whatever. Und in dem Fall das Ganze ja quasi so gekauft wäre, wenn man so möchte. Und Stefan Huber antwortet dann darauf und sagt dann, ja, denkst du wirklich, dass Ripple in irgendeiner Form Influencer bezahlt, in irgendeiner Form mit denen Kontakt hat und dass die SEC in vier Jahren keinen Beweis dafür finden konnte, nicht mal irgendwie ein Indiz, irgendein Indikator oder sowas dafür, obwohl sie quasi die ganze interne Kommunikation von Ripple komplett durchleuchtet haben, obwohl sie da alles gesehen haben und durchgeschaut haben quasi. Und Ash sagt dann hier, ja, es gibt ja auch Wege, Kryptozahlungen anonym zu machen. Also im Endeffekt, die Blockchain ist ja pseudonym, aber öffentlich einsehbar. Trotzdem kann man ja nicht wissen, wer hinter welchen Transaktionen steckt. Und das stimmt natürlich, ist ja logisch. Aber nur weil etwas theoretisch sein kann, heißt es ja nicht, dass es so sein muss. Nur weil es ja sein kann. Und nur weil Ash sich das so denkt, heißt das ja nicht, dass es dadurch irgendwie mehr Beweise gibt oder sowas. Also hätte man jetzt irgendwie interne Kommunikation, wo es jetzt mal rauskam, dass irgendein Influencer da bezahlt wurde oder sowas für ein Video von Ripple oder irgendwie sowas, ja klar, dann könnte man darüber reden. Aber Ash denkt sich das in dem Fall hier einfach nur so, ja, selbst für sich. Und sagt dann, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ist. Und dann geht man darauf ein und sagt, Ash, ja, aber könnte ja sein, so in der Richtung. Also ich sehe einfach dafür keinen Beweis. Und ich meine, ich bin natürlich jetzt nun mal auch ein kleiner Influencer hier in Deutschland. Aber ich kann euch ganz offen und ehrlich sagen, ich wurde noch nie von Ripple angeschrieben, bezahlt, irgendwas angeboten und so weiter, überhaupt nicht. Also ich hatte noch nie mit Ripple in irgendeiner Art und Weise Kontakt oder sowas. Ich hatte per LinkedIn an Brad Garlinghausen eine Freundschaftsanfrage geschickt und ja, bis heute nichts gekommen davon, bis heute nicht beantwortet. Also ich hatte noch nie mit Ripple Kontakt. Ich kenne ja auch einige andere Influencer nun mal. Und die hatten auch noch nie mit Ripple Kontakt und haben da noch nie jemanden irgendwie getroffen. Und selbst wenn, wer das ja immer noch meilenweit davon entfernt, dafür bezahlt zu werden, für irgendwelche Videos und so weiter. Das hier ist mein Hobby, das macht mir Spaß. Ich mache das jeden Tag. Und das sagt Ash auch noch mal hier so. Nicht in 100 Jahren glaubt sie, dass Influencer das jeden Tag, Tag ein, Tag ausmachen würden, im Bärenmarkt, im Bullenmarkt, was auch immer. Einfach so aus Spaß. Und doch, ich kann euch sagen, ich mache das jeden Tag aus Spaß. Also ich meine, ohne Spaß geht das Ganze ja auch nun mal wirklich nicht. Ich meine, an jedem Tag, egal ob Ostern, Weihnachten oder Geburtstage oder was auch immer, mache ich hier diese Videos. Und wenn ich daran keinen Spaß hätte, ja, ich glaube, dann gäbe es zumindest mal ein paar Tage, wo man irgendwie sagen würde, boah, nee, heute bin ich so fertig. Heute mache ich gar nichts. Aber das habe ich bis jetzt immer getan. Von daher, ich werde natürlich nicht bezahlt. Und ich habe auch noch nie von irgendjemandem gehört, der dafür bezahlt wird, Videos zu machen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier von da, da ist space. Und zwar, wenn du einen weiteren Dip im Bitcoin-Bereich siehst hier und andere Leute kaufen noch nach und du fragst dich so, ihr habt immer noch Geld? Wie kommt das? Wie könnt ihr immer noch Geld haben? Wie könnt ihr immer noch hier den Dip nachkaufen? Für die meisten Leute unverständlich. Aber ja, das ist eben die große Frage. Wie haben diese Leute immer noch Geld? Aber unabhängig davon, ob ihr noch Geld habt oder nicht, habe ich mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.